Hi, hier ist der Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr den prozentualen Anteil in Excel berechnen könnt. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Prozentrechnung und das geht eigentlich relativ simpel. Ich habe mal eine kleine Tabelle vorbereitet und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich habe hier ein paar Kollegen, Freunde oder was auch immer, die alle zusammen an einem riesigen Projekt arbeiten. Jeder hat seine Stunden an diesem Projekt gearbeitet. Der eine mehr, der andere weniger. Ist klar, Familie meinetwegen und so weiter. Und ich möchte jetzt einfach mal den prozentualen Anteil berechnen, wie viel Prozent der jeweilige Halt an diesem Projekt gearbeitet hat. Das ist die erste Aufgabe und dafür müssen wir erstmal die Stunden insgesamt zusammenrechnen. Das heißt, ich werde das hier unten einfach machen, aber ich schreibe hier erstmal den Text dazu. Gesamtsumme oder Gesamtstunden. Drücke Enter. Hier zwischen mit einem Doppelklick. Ihr seht ja das an dem Mauszeiger, der erinnert sich, damit wir die optimale Spaltenbreite haben. Das werde ich jetzt noch kurz formatieren mit FET. Und dann können wir das entweder hier machen mit dem Summenzeichen. Das heißt, hier oben seht ihr ja, wenn ihr auf Registerblatt Start seid, diese Autosumme. Aber wir können das natürlich auch händisch eintragen. Das mache ich meistens, dass ich ein Gleichheitszeichen eingebe, dann Summe, Klammer auf und dann den Bereich mit der linken gedrückten Maustaste aufziehe. B2 bis B12, das sind halt die Koordinaten. Von hier bis hier unten der Doppelpunkt signalisiert sozusagen, dass es sich um einen Bereich handelt. Und dann können wir Enter drücken und dann werden die Gesamtsummen erstmal zusammengerechnet. Auch das werde ich jetzt mal kurz FET formatieren. Und jetzt hier werden wir die Formel mit den Prozenten jetzt mal eintragen. Aber ich mache hier schnell noch mal eine Überschrift. Oder ich werde hier nur so ein Prozentzeichen eintragen. Und das Ganze machen wir nochmal kurz FET und zentrieren das in der Mitte. Und hier werde ich jetzt die Formel eintragen. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, dann klicke ich hier mit der linken Maustaste auf diese Zelle, gebe ein Geteilzeichen ein und klicke dann anschließend auf diese Zelle. Ihr seht, momentan stehen die Koordinaten dran. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Ein Gleichheitszeichen, um halt die Berechnung auszuführen gleich. B2, diese hier, B2 und dann geteilt durch B13. Das heißt B13. Hier ist das Problem, das ist jetzt momentan ein relativer Bezug. Und wir müssen einen absoluten Bezug machen, weil wir das Ganze ja gleich hier runterkopieren. Und wenn wir das jetzt hier so lassen, dann würde sich B13 automatisch beim Runterkopieren entsprechend ändern. Das wollen wir aber nicht. Das heißt, wenn hier B13 markiert ist, können wir die Taste F4 drücken. Und dann kommen wir überall Dollarzeichen hin. Das heißt, beim Kopieren wird sich jetzt hier nichts weiter ändern. Ich drücke jetzt Enter und dann bekommen wir natürlich erstmal eine sehr lange, ziemlich komische Zahl. Wir werden jetzt sehr viel Nachkommastellen. Das ändern wir aber gleich. Und zwar werden wir jetzt diese Zahl in einen Prozentwert umwandeln. Das heißt, wir klicken hier auf dieses kleine Symbol. Also wer das noch nicht sieht, der muss hier auf das Registerblatt Start. Geht dann hier auf dieses Prozentzeichen und dann seht ihr, stehen hier schon 6%. Ich klicke nochmal doppelt drauf. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr hier zu stehen habt B2. Also zumindest die Zelle, wo halt der erste Eintrag mit den Stunden steht. Dann geteilt durch. Und dann hier ganz wichtig, die Gesamtstunden, aber als absoluten Bezug. Wenn ich jetzt Enter drücke, wurde das halt berechnet. Wir hatten das vorher ja mit diesem Prozentzeichen umformatiert. Und dann kann ich jetzt mit der linken gedrückten Maustaste an diesem Anfasser hier unten das Ganze hier runterziehen. Und ihr seht, automatisch wird hier alles komplett ausgerechnet. Wenn wir hier nochmal doppelt draufklicken, dann sehen wir, dass hier der absolute Bezug sich nicht geändert hat. Das so bleibt und wir natürlich auf dem richtigen Weg sind. Um das Ganze jetzt nochmal zu kontrollieren, werden wir hier auch nochmal die Summe eintragen. Das heißt, ich gebe diesmal das händisch ein. Gleich Summe, Klammer auf. Und dann mit linker gedrückter Maustaste ziehe ich das Ganze hier auf. Drücke Enter. Ja, man kann natürlich noch die Klammer zumachen. Muss man nicht unbedingt, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil es dann ordentlicher ist irgendwie. Drücke Enter und wir haben 100% so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen Gönner, der uns sagt, okay, ich gebe euch für das ganze Projekt 10.000 Euro meinetwegen. Dann könnten wir das jetzt so machen, dass wir über die Prozentzahl jetzt auch gleich ausrechnen lassen, wie viel jeder Einzelne bekommt. Und das geht auch ganz einfach. Ich trage hier oben einfach mal die 10.000 ein. So, drücke Enter. Mach meinetwegen auch gleich, ja, formatiere das um als Währung. Klack. Und wir wollen das ja hier eintragen. Dann werde ich den Bereich auch gleich mal markieren. Auch als Währung umwandeln. Und werde jetzt hier die Formel einfach mal eintragen. Und zwar ist das einfach nur ein Gleichheitszeichen. Dann diese Zelle. Und hier ist auch wieder wichtig, beim Kopieren, weil wir das Ganze ja gleich herunter kopieren, soll sich das hier nicht ändern. Das heißt, nachdem wir diese Zelle angeklickt haben, können wir wieder die F4-Taste drücken, damit daraus ein absoluter Bezug wird. Und dann mal diese Zelle, also ein Malzeichen eingeben, dann hier raufklicken. Das bleibt ein relativer Bezug, weil beim Kopieren sich das ja entsprechend der Zelle anpassen soll. Und dann drücken wir Enter. Und wir sehen hier, die Claudia würde dann einen Anteil von 604 Euro bekommen. Immer daran denken, das muss natürlich versteuert werden, aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Und wenn wir das Ganze jetzt hier runter kopieren, auch über diesen kleinen Anfasser, dann sehen wir, wird das automatisch auch entsprechend angepasst. Und der, der natürlich am meisten daran gearbeitet hat, der bekommt am meisten Kohle. Und um hier das auch nochmal zu überprüfen, geben wir auch nochmal ein Gleichheitszeichen ein. Und dann Summe, Klammer auf und rechnen das Ganze zusammen. Und da muss natürlich dann auch 10.000 rauskommen, wenn wir Enter drücken. Und ihr seht, das kommt raus. Und dementsprechend stimmt auch unsere Berechnung. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Und das war hilfreich, vielleicht damit zu arbeiten. Und ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.